so auf geht's weiter hier und ja wie ihr seht hat das immer noch nicht geschafft und wie ihr seht werde ich es wahrscheinlich auch nie schaffen also ihr könnt euch schon mal beruhigt auf part 50 100 muss geben dann bin ich nur hier und ja und das war nicht geholfen Nein! Scheiße. Ich glaube, ich habe jetzt die Möglichkeit. Genau geradeaus schwingen. Also schwingen lassen die Kronbeuchter und dann... dann runterklaugen lassen. Geil! Hat sie mir geklappt? Ich würde Exkalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alles da, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Zip, alles da! Was ist los? Lara! Zip, was ist los? Oh mein Gott. Was auch immer es ist, es ist... Keine Ahnung. Wir wollen ja einen magischen Klang... Oder was ist magische Klang? Der Klang über dieses Glas zu spüren, aber was hat man gelöst? Ihhh! Scheiße! Was das denn wieder für ein hässliches Viech? Was ist das denn für ein hässliches Viech? Ich finde es geil, wie viel Schaden ich hier mache... Nämlich... Also gar nichts. Oder? Jaaaa! Fetzig, Garth Logan! Und da ist der Ladestream! Oh yeah! Und ein weiteres Mal sehen wir, wie die Schlange aus dem Wasser steigt. Los ab du! Ich will nichts von dir! Geh weg! Geh weg! Geh weg! das ist du sollst eigentlich diese Scheiße nicht anvisieren wo er doch so viel Schaden nimmt das verspricht ja viel Spaß und Spannung und Spielzeug naja nicht ganz ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Naja, so ungefähr, würde ich sagen, geht das. Träumen lassen, aber nicht mich. Und wenn es dann funktioniert, dann funktioniert es auch irgendwann mal. Oh, jetzt wissen wir es jetzt noch nicht. Oh, leck mich am Arsch. Oh, ich muss das Gefühl, dass ich hier gar nichts bewege. Oh, ich muss das Gefühl, dass ich hier gar nichts bewege. Auch nicht. Ey, hast du mich in Ruhe, ja? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich würde eigentlich sagen, ich könnte damit irgendwie so Batsch, Batsch irgendwie auf den Kopf machen. Aber irgendwie klappt das ja nicht. Aber ich bin einfach wieder mal zu langsam. Oder beides. Obwohl, ne. Irgendwie. Und nun sehen wir schon zum, weiß ich nicht wie vielten Mal, diese hässliche Schlange aus dem Wasser entforschen. Zum, weiß ich nicht wie vielten Male. Au. Aber das ist immer noch ganz was Neues. Das ist immer noch ganz was Neues. Also doch. Muhahaha. Ah. Tuniel Kopfschmerzen. Nee. Ich hoffe doch. Und dann muss man das hier auch mal sehen. Oh. 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 Aspirin tut es für dich aber nicht. Nummer 2. Ey, spuck mir nicht voll. Wenn du spuckst, dann spuck ich aber zurück. Kannst du belohnen. Wie auch immer das gehen soll? Aber ich mach es. Naja, zu langsam. Naja. Scheiße. 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 Du spuckst mich ja schon wieder voll. Halt man hier keine Manieren beigebracht? Das gibt's nicht. Au. Okay. Nächsten Partie geht's weiter, denke ich. Okay. Okay.